Neueste Berichte behaupten, der in Ungnade gefallene kommunistische Beamte Bo Xilai hätte die Schuld für all seine Verbrechen auf Zhou Yongkang abgewälzt. Zhou ist Chinas Sicherheitschef. Jetzt hat Zhou seine eigene Untersuchung gegen Bo Xilai durchgeführt und einen schriftlichen Bericht an hochrangige kommunistische Beamte übergeben. In dem Bericht versucht Zhou, seine Verbindungen zu Bo zu trennen. Diese durchgesickerten Informationen erschienen am 17. April auf Bo Xun. Bo Xun ist eine ausländische chinesische Webseite, die von sich sagt, Insider-Informationen von seriösen Quellen zu haben. Bo Xilai führte eine Antiverbrechenskampagne in Chongqing. Diese zog Vorwürfe von Folter und Justizmissbrauch auf sich. Im Ausland wurde Bo Xilai wegen seiner Beteiligung an der Verfolgung von Falun Gong verklagt. Jetzt wird gegen ihn in China wegen schwerer Disziplinarverstöße ermittelt. Bo's Ehefrau Gu Kailai gilt als Tatverdächtige im Mord von Neil Haywood. Haywood war ein britischer Geschäftsmann, von dem man sagte, er wisse Genaueres über große Summen, die Bo's Familie ins Ausland brachte. Laut sogenannten Insider-Berichten vom 14. April auf der chinesischen Webseite Mingqing News gibt Bo Xilai Zhou Yongkang die Schuld für alles. Bo behauptete, alle seine Handlungen seien zuerst von Zhou Yongkang genehmigt worden. Doch es geht auch anders herum. Bo Xun bezieht sich ebenfalls auf eine Zitat äußerst seriöse Quelle. Zhou schiebt hier Bo den schwarzen Peter zu. Demnach hätte Zhou also nicht mit Bo's Frau ein Komplott geschmiedet, um Haywood zu töten. Auch hätte niemand von der Schwere der Verbrechen des Ehepaars gewusst. Am 6. Februar flüchtete Wang Lijun, Bo's ehemaliger Polizeichef, zum US-Konsulat und übergab dort angeblich Details zu den Verbrechen von Bo Xilai und Gu Kailai. Laut NTDs China-Kommentator Wen Zhao zeigt dies, dass Bo die Unterstützung von Zhou hatte. Warum hat Wang Lijun die Verbrechen von Gu Kailai den USA preisgegeben und nicht den zentralen Behörden? Wohl deswegen, weil Bo Xilai Unterstützer in den zentralen Behörden hatte und diese Unterstützer würden Bo Xilai sicher schützen. Wang Lijun erkannte, dass wenn er seinen Mund nicht aufmachen und sprechen würde, er zum Schweigen gebracht würde. Hier gibt es eine offensichtliche Spur zu den Unterstützern von Bo Xilai, die zu Zhou Yongkang führen. Zhou versucht sein Möglichstes, diese Spur zu verschleiern. Ein weiterer Bericht auf Bo Xilai behauptet, Zhou hätte seine Hacker gehabt, um die Webseiten Bo Xilai und Ming Jing zu attackieren. Doch es scheint zu spät für Zhou. Eine andere Insiderquelle auf Bo Xilai merkte an, Zhou sei im Begriff der Form halber gegen sich selbst ermitteln zu lassen. Begriff von Bo Xilai